Das Lied. Na, warten Sie darauf, dass andere Spiele fortfahren. Fahr jetzt bitte fort. Also what? Was ist denn das hier? Wie funktioniert das jetzt? Warte, wir haben doch auch so ein Zeug gegen Strom, oder nicht? So ein Inhalator. Oh. Ja, vielleicht gibt es der Anrufbeantworter. Äh. Ja, dann versuchen wir das doch mal, ne? Kann man die Säulen hier holen? Hm. Ja. Hm. Hier ist aber eine Stelle vom Zaun, die ist nicht unter Strom. Oh, doch. Oh. Haha. Doch. Die ist doch. Ah, siehst du? Nicht schlecht. Jetzt können wir da doch durch, oder? Ach, siehst du. Ach, siehst du. Ach, siehst du. Ach, siehst du? Nein. Ah, siehst du. weggeflogen. Warte, ich könnte hier mal eins von mir dagegen schubsen. Mal sehen, was mit dem passiert. Oh ja, hier, guck mal! Alter, wie cool! Das war ein Tänzchen, so. Normaler hätten noch die Köpfe so explodieren müssen. Ah! Okay. Ja. 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 Oh, ich hab meinen Dietrich abgebrochen. Du musst mit deiner ruhigen Hand. Ich hab den Punkt auch nicht gefunden. Nicht mal ansatzweise. Hm. Wir können hier aber auch die Treppe hochgehen, ne? Aber, oder müssen wir unten was machen? Warte, 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 warte! Warte, 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 warte! Ah! Ich glaub, von mir zu. Ach! Das stimmt gar nicht. Hier, hier, hier! Nö, ich nur diesen Stecker. Ach, wie cool! Guck mal, hier unter den Käfig, da ist so eine Seilbahn. Oder so eine Seilziehbahn. Hier, guck. Siehst du hier? Da unter. Da müssen wir nur irgendwie den Käfig versuchen. Hm. Oh! Hier, fahne! Hier, fahne! Was ist der Trussiert? Oh! Hier, fahne! Hier, fahne! Hm. Oh! Ach, schau mal, wer da unten ist. Das ist so ein Seltener. Der läuft da unten rum, man sieht noch die Fußspuren. Ja. Hier können wir lang. Da, 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 da. Fuuuck. Ja! Ich hab ihn! Nein! Du bist in mein Heim eingebrochen. Du hast Lito getötet. Was willst du noch? Hä? Wer hat da gehört, dass er redet? Warte, ich muss schnell reisen. Ja. Hä? Ich glaube, hier geht es nicht weiter, oder? Nee, die ist immer noch dicht. Leicht. Oh, und dann meinst du dich unten? Huch. Hm. Hahaha. Hempstoffbehälter erkannt. Ah, Hempstoffbehälter. Oh, hier sind ein paar Leute. Aber das Licht macht die schon fertig. Alter, was ne Waffe, ey. Du hast nur einmal gesprungen und alle vier sind so umgefallen. Hm. Ach, und dann diesen Schmetterer da mal. Oh, nicht schlecht. So, und jetzt? Da hinten ist dieser Hempstoffgrau. Da hinten ist dieser Hempstoffgrau. Ja. Nein. Nee, aber der ist ja wieder oben. Boah, wie viele jetzt plötzlich hier sind. Ja. 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 Oh, voll gut. Müssen wir jetzt hier lang? Der Behälter, der ist hier so da oben. Hätten wir doch da oben bleiben müssen? Finden sie Kurt? Ach, den finden wir schon noch. Vor allem, man kann hier hoch. Hier. Hier ist der Behälter auch, ab dieser Ebene. Nein. Oh, du hast es gerade noch überlebt, ey. Was? Zeig hier. Alter, tatsächlich heftig, wie groß sie ist. Da steht auch was drauf. Providenz. Guck mal, auch nicht schlecht. Ja, diese Details sind auch immer ganz cool, ne? So. Ja, denn? Jetzt. Hempstoff. Zwei Stück. Okay. Boah, cool. Boah, von hier oben hat man einen richtig guten Überblick über diese ganze Kathedrale da. Ja, stimmt. Mega groß, ey. Wo ist denn hier der Beichtstuhl? Kurz rein. Dreht. Ja, naja. Ach, das glaube ich in dieser Zeit nicht mehr so. Wo? Ah. Tatsächlich. Warte, warte, warte auf mich. Wir machen's zusammen. Warte. Ich bin auf dem Weg. So, zünden. Wow. Meinst du, das lockt die anderen an? Hm. Du kannst, äh, kreis, äh, gedrückt halten, dann slidest du so runter. Müssen wir nach oben? Ja, stimmt. Nein, jetzt bin ich hier runter. Warte, ich komm wieder runter. Also, die Mission muss oben irgendwo sein dann, ne? Ich bin hier. Sehr schön. Alter, guck mal, hier ist ein richtiges Büro. Hier hätte ich auch gerne mein Büro. Ja, das ist eine gute Frage, ne? So. Ich heile dich nebenbei mal so ein bisschen. Oh, pass bloß auf, ey, dass du da nicht runterschlitterst. Hinter dir ist genau der Abgrund. Hier sind auch irgendwelche Sachen. Aber hier, guck mal, über uns ist auch noch eine fette Glocke. Alles leer hier. Hier und nu? Raus. Oder wo? Wo müssen wir denn hin? Ach, hier hin. Ach, da ist er doch, oder nicht? Was macht er da? Will er sich einfach in die Luft sprengen? Hä, wo ist er hin? Gruselig. Und? Oh. Also hier wäre das, glaube ich, auch ganz sicher. Hier. Hier. Ich bräuchte jetzt mal hier seine Dietrich-Fähigkeiten. Ja. Was profin, Reis, beste Sachen hier. Alles vom Feinsten. Ja? Boah, dann hast du nachher bestimmt 20.000 oder so. Ich hab in Erinnerung, dass dein Bogen halt gestern so mega viel gekostet hat. 28.000, glaube ich, waren es. Ja. Hä? Hä? Hast du jetzt mit dem geredet? Ja, ich hab das gesehen. Der ist einfach durch dich durchgelaufen. Hä? Und nu? Was ist denn das für ein Typ? Voll unfreundlich. Vor allem, wie schnell ist der bitte mal von A nach B? Ich hab keine Ahnung, ich hab den, ehrlich gesagt, in meiner Hauptmission noch nie gesehen. Also ich weiß, ich erinnere mich noch, ich sollte hier in diese Kapitale gehen, weil hier irgendwie nicht antworten fliegen. Wie gesagt, wenn den, wer uns diese Experimente gemacht hat. Weißt du? Ja. Siehst du auch grad nur schwarz? Nee. Okay. Wieso sehe ich denn nichts? Ja. Ach, jetzt sehe ich was. Ach so. Ja stimmt. Du hast es ja nicht gemacht. Ich hab denen, das haben sie dir erzählt. Ich hab doch dieser, dieser Schwurger auf dem PK-Schiff, der hat ihnen gesagt, ich soll diese Typen verwandeln. Und der Typ hier soll diese, äh, Planze reparieren. Ach, deswegen steht bei mir auch, sie stimmen nur für einen Vorschlag ab. Aber die, äh, ehrliche Entscheidung, die triffst du. Das ist ja cool. Ja, das ist mega gut. Du hast es anders gemacht, ne? Du bist halt, du hast die andere Entscheidung gemacht. Du hast es anders gemacht, ne? Du hast es nicht so gemacht. Ja, deswegen, das ist ja mega. Ja, anscheinend. Ja, anscheinend. Also, die Klampe, wenn ich den da bedrohe, halt, dann sage ich, also die Klampe. Ah. Wer bist du wirklich? Eine vor die Säule geworfene Perle. Ein König ohne Königreich. Eine fleischgewordene Tragödie. Ach so. Ach so. Wurde mir geraubt. Wie alles andere auch. Weiß, wie sich das anfühlt. Du kannst in der Stadt hinspucken, wo du willst. Du triffst immer einen, der jemanden verloren hat. Kurt. Du bist ja im Nu-Tot. Du kannst da sein. Ich guck um die Säule zu spüren, wo du willst. Ich guck um die Säule zu spüren. Ich guck um den zu spüren. Du wirst ja im Stall zu spüren. Okay. Uh ... Ich guck um den Tragödie. Ja, ich guck um den Tim-Tragödie zu spüren. Äh, was? Ist das so ein Abtrünniger oder was? Aha. 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 Okay. Hey. Was wolltest du noch gleich? Ich muss diese Wands an einem Funksender anbringen, aber vorher muss sie repariert werden. Wird sich für dich auch lohnen. Ah, dafür brauche ich einige Teile. Welche Teile? Ah, die Drähte sind verrostet. Im Nordturm findest du Ersatzteile. Die Armee hat ihre Sachen da liegen lassen. Wie finde ich das? Die sind bestimmt vor der Witterung geschützt. Also such eine Kiste unter der Antenne. Ja, natürlich schon. Okay. Achso. Überraschung mag ich gar nicht. Haha. Viel Glück. Also, ich meine jetzt nicht damit, dass du dich vielleicht auch wirklich an dich essen hast oder so. Ich weiß ja nicht, was du da bist. Ich hab dir anders entscheiden, oder was? Nö, ich hab immer genau gedacht, dass du wie du. Du. Hey. Ich hab bestimmt, weil ich mich erst entscheide und dann muss ich es auch bei dir laden oder so. Ja. Aber haben wir die Drähte nicht schon? Okay, cool. Guck mal, das kann ich gar nicht mehr. Wie ist das da hinten? Puh. Oh ja. Ah. Ja, wir können ja nochmal zu den Typi zurück. Wir brauchen jetzt irgendwie nur Drähte, ne? Da hoch müssen wir. Zu dieser Antenne. Ah, okay. So, das ist wieder voll die Kletteraktion hier. Ah. Ah, oah. Also, da will ich jetzt nicht runterfallen. Scheiße. Alter, Finne. Ja, genau. Irgendwo brauchst du auch diese, äh, diesen Enterhaken für. Sonst kommst du dadurch hoch. So. Oh, das war richtig knapp, ey. Wuh. So. Jetzt. Ne, wir müssen nach oben, weiter nach oben. Hier. Okay, nu. Hä? Wo? Wo? Im Ernst? Ach, Quatsch. Warte, wie komme ich jetzt wieder hin? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich da reinkomme. Ach, da. Hallo. Ach, hier. Okay. Klappt. Noch ein Stück. Das sah total verrückt aus. So. Ach, hier, okay. Wow. Guck mal die Aussicht, ey. Oh. Von wie cool, dass so ein Stadtteil so beleuchtet ist und halbwegs. Oder wo man halt noch sieht, wo Zivilisation ist, ne. Oh. Oh. Oh, guck mal, da links die Festung an. Wo das so voll viel, äh, blau leuchtet da so. Ich glaube auch, das ist das von den Abtrünnigen. Oh. Ja, ja und. Ja, genau. Hier ist die Statue umgefallen. Oh, nein. Oh, nein. Ob man von hier aus eigentlich auch die Dings sehen kann, wo man am Anfang war. Genau, wo man so diesen Funk macht und so, oder? Oh, das ist ja mal richtig schön. Da sind mehrere Kirchen, ne, irgendwie. Also die ist ja da ja noch, dann ist hier dieses, oh, das ist auch noch so ein ganz fett eingetütetes Gebäude. Ob das auch ein Krankenhaus ist? Da neben diesem Kraftstromwerk da? Alter Schwede. Aber guck mal, da oben, das Schloss, ob man da wohl noch hinkommt. Aber bestimmt bald irgendwann. Ja, das wäre auf jeden Fall mega cool. Weil man auf dieses Schiff konnte man ja auch. Ja, man kann nur gespannt sein, ne? Und sich freuen. Hast du den Draht? Reicht es, wenn ich den nehme? Okay. Das geht? Ach, Quatsch. Warte, ich komme hinterher. Nicht schlecht, ey. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Also ist das hier schon die höchste, oder was? Ja genau, da war ich schon mal, da war ich schon mal oben. Da macht man so eine Mission mit irgendwie, dass du diesen Funkkram da aktivierst oder so. Cool, na guck mal, wir sind auf so der Kirche drauf. Voll die gute Aussicht hier. Ja. Vor allem, guck mal, das Schiff von hier, das sieht so angesunken aus. Ja, das hängt da unten so komisch. Und wie ist es da überhaupt hingekommen? Ja. Oh, ich will hier gar nicht runter, das ist so schön hier. Ich involvement, weiß, nicht da unten so wie ich gu shocking hab. Obwohl, da ist mir so. Es wurde gesagt, es kommt an die Höschendung. Ich bin taggerich.